Musik Schokoladenduft steigt einem in die Nase, wenn man Sonja Ahlhäuser beim Modellieren zuschaut. Mindestens 400 Kilogramm Schokolade hat sie in ihrem Berliner Atelier immer vorrätig. Aus heller Milchschokolade entsteht hier ein Kopf für eine größere Skulptur. Je nach Schokoladensorte greife ich da auch mal rein und nasche, also kann man dann auch nicht nein sagen, muss ich auch sagen, weil es riecht immer noch wunderbar, auch nach zehn Jahren. Das ist dann halt anders wie bei Gips, dann kann man ja auch mal naschen. Eine unförmige Masse. Plötzlich wird sie zum Gesicht. Sonja Ahlhäuser muss schnell arbeiten, denn die Konsistenz der Schokolade ändert sich von Minute zu Minute. Im Moment kann ich Haare ziehen. Das geht eben nur, ich sag mal so ein, zwei Minuten und dann ist es hart. Und das ist es halt, was mich auch so fasziniert. Man hat einfach nur eine bestimmte Zeit, in der man arbeiten kann und das hat auch was mit Geschwindigkeit und Eigenzeit zu tun. Also man muss schon Gas geben, um das dann auch fertig zu kriegen. In ihrem Atelier stehen mehrere Gefrierschränke, in denen die Künstlerin kleine Werke kühl hält. Die großen Skulpturen entstehen immer vor Ort. Wie dieses Pferd von 1997, ihre erste süße Skulptur. Seitdem hat sie ihre Werke weltweit in Museen ausgestellt. Alle Kunstwerke ereilt immer das gleiche Schicksal. Sie werden von den Betrachtern vernascht. Ich verwende Lebensmittel als Material für meine Skulpturen, weil mich gerade dieser Aspekt des Vergänglichen sehr interessiert. Wenn man doch sieht, dass alles eine Haltbarkeitsgrenze hat und dann auf unsere eigene Lebenszeit schaut, dann ist das doch sehr parallel. Und das interessiert mich eigentlich sehr, eben das raus zu arbeiten und deswegen auch zum Verzehr freizugeben, dass man eben das bewundert und ausstellt, aber dass es eben auch danach einfach aufgegessen wird. Sinnlichkeit als Konzept. In einer Performance in einem Museum in Brasilien treibt sie das im vergangenen Dezember auf die Spitze. Ein Mann taucht ein in flüssige Schokolade, die ihn wie eine zweite Haut überzieht. Der Schokoladenmann war selber so euphorisiert und mit einem Aphrodisiakum umgeben, hat er selber gesagt, dass er ganz berauscht war. Auch die Künstlerin hat das Baden in Schokolade schon einmal ausprobiert. Allerdings ohne Zuschauer. Es ist sehr sinnlich, sexy, aber auch nach einer bestimmten Zeit leicht angsteinflößend und man wird das nicht mehr so leicht los. Also man stellt sich nicht einfach unter die Dusche und duscht das weg. Das ist schon richtig Arbeit, das wieder loszuwerden, weil es einfach eine sehr fettige Masse ist. Bei Sonja Allhäuser ist alles essbar. Auch das Geschirr. Denn das ist aus karamellisiertem Zuckerguss und war Teil eines Banketts, das sie ausgerichtet hat. Das nächste ist im Frühjahr in einem Museum in Chicago. Auf einer riesigen Zeichnung bildet sie all die Naschereien ab, mit denen sie die Besucher dort verführen wird. Und nach dieser Vorlage gießt sie jetzt hunderte Figürchen aus Schokolade oder knetet sie aus feinem Lübecker Marzipan. Ich vernasche quasi einen Liebsten oder eine Liebste oder wähle mir zwei aus oder drei und das hat direkt eine ganz andere Bedeutung. Und das ist auch eher ein Spiel damit. Auch ein Spiel mit den Geschlechtern und mit diesem Verführen und Vernaschen im wahrsten Sinne des Wortes. Nach dem Bankett wird nur die Zeichnung im Museum übrig bleiben. So ist es. Süße Kunst, bei der auch die Schöpferin nur selten widerstehen kann. Jetzt kommt es mal wieder interessiert. Süße Kunst, bei der auch die Schöpferin wird nicht geschlagen, aber ist keine Her sempre eine Rvre incluso. Eine Räliśmy, diese Luft und heute ganze Bedeutung. Absolut Peter Kranz, bei der sind Schoepferin oder Schoepferin oder alten Behörden? thì die Sitio wären im Museum 하는 Haus. Aber der auch hier bin eher eine große Phase des Vor Important auf têm. Hö Konstul.